Sie kennen wahrscheinlich auch den Spruch, ich bin zwar heterosexuell, aber es gibt diesen einen Mann, für den ich schwul werden würde. Und jetzt stehe ich hier neben Ihnen. Mein Name ist Fabian und ich bin noch Jungfrau. Mein erstes Mal möchte ich mit den Grünen erleben. Aber ist das wirklich die richtige Entscheidung? Ich bin nächstes Jahr ja Erstwähler, sozusagen. Warum sollte ich jetzt die Grünen wählen, wenn ich dann wieder Angela Merkel kriege? Das ist ja nicht gesagt, dass Sie wieder Angela Merkel... Ja, kommen Sie, hinter den Kulissen ist das doch schon durch. Wissen Sie, Sie könnten auch Sigmar Gabriel kriegen. Ja, und dann? Und dann? Was machen wir dann? Dann haben wir beide Angst. Kann man die Wahl der Spitzenkandidaten unter das Motto stellen, wir suchen einen Mann für Katrin Göring-Eckardt? Das würde ich so überhaupt nicht sehen. Aber es ist so. Ich finde, es ist eine gute Auswahl unter den Männern und es ist schade, dass sich keine Frau weiter gefunden hat. Ja, ich habe eine Textaufgabe für Sie mitgebracht aus der Schule, die habe ich nie verstanden. Wenn drei Männer und eine Frau sich der grünen Urwahl stellen und die Frau gewinnen muss, wie schätzen Sie dann Ihre Chancen ein? Geht so. Da bin ich mit Ihnen einer Meinung. Bei der CSU durfte niemand von der CDU reden. Aber hier bei den Grünen ist man noch gastfreundlich. Der offizielle Vertreter der CDU spricht gerade das Grußwort. Wir müssen wieder kämpfen für eine lebendige Demokratie. Was halten Sie von Herrn Kretschmann? Herr Kretschmann hat eine herausragende Position bei den Grünen. Das ist keine Frage. Er hat ein bestimmtes Charisma. Wir haben davon nicht so wahnsinnig viele Leute, dass wir uns setzen können. Und insofern ist das ein Einzelfänomen von der Person her. Seine Politik muss er verantworten. Also zusammengefasst sagen Sie, die Grünen haben eigentlich kein Charisma außer Herr Kretschmann. Nein, das ist nicht wahr. Haben Sie doch gerade gesagt. Nein, ich habe gesagt, nein, nein, Einzelfersen. Ja, 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 ja. Einzelfersen. Ja, doch, das haben Sie gesagt. Da lege ich mich jetzt fest. Dann korrigiere ich das dahingehend. Die Grünen sind sehr wohlsexy. Dann zeigen Sie doch nochmal jemanden. Nein. Ich finde es übrigens ein bisschen krass. Also die Heute-Show schickt die uns jetzt nur noch die Praktikanten. Früher kamen wir uns Van der Horst. Naja, wir gehen natürlich zu den wichtigen Parteien, aber die Praktikanten gehen natürlich zu den Grünen. Oh, ja, ja, schlimm. Immer die Azubis über allem. Ja, schlimm, ne? Danke, danke. Ich rede krass. Ja, der singt. Wichtige Mann. Wann hätten Sie denn für mich Zeit? Ach, ähm, sagen wir mal, wenn die Party so durchhängt. So ging Mitternacht. Hängt doch jetzt schon durch. Ja, jetzt ist ja nicht Party. Jetzt wird ja gearbeitet. Aber Mitternacht weiß ich nicht, ob ich noch da bin. Ja, also in Ihrem Alter wird man ja mitternachts noch fit sein, oder? Jetzt sind wir ja eigentlich schon im Gespräch, ne? Nehmen Sie mir als Erstwähler doch mal die Angst vor dem Grünen. Ja, kommen Sie hier, genießen Sie es. Schmeißen Sie sich an die Brust von starken grünen Frauen. Wir feiern heute 30 Jahre. Jetzt habe ich noch mehr Angst. Ja, dann sind Sie selber schuld. Da müssen Sie durch. Gucken Sie sich unsere Männer an, die sind da durchgegangen. Sie kennen wahrscheinlich auch den Spruch, ich bin zwar heterosexuell, aber es gibt diesen einen Mann, für den ich schwul werden würde. Und jetzt stehe ich hier neben Ihnen, Herr Habeck. Auf Olli stehe ich total. Ich bin nicht Olli. Ne, ich weiß. Wenn Sie der Mann sind... Also Sie stehen auf Oliver Welke lieber. Lieber als mich? Ich kenne Sie ja gar nicht. Vielleicht bräuchte es mal noch einen Bart, dann würde man Sie nicht für 16 halten. Oh, danke schön. Das nehme ich aber als Kompliment. Ja, ja, klar. Ich habe als Kompliment gedacht, aber es wirkt ja wie Kinderarbeit dann. Vielleicht sollten Sie sich den Bart mal abrasieren, dann würde man Sie nicht für 50 halten. Ja, aber wissen Sie, Politiker müssen so ein bisschen älter und würdiger wirken. Herr Habeck, sagen Sie doch jetzt einfach gar nichts. Dann habe ich schon einen Grund, die Grünen zu wählen. Für, für, für lau oder wie soll ich jetzt hier eine Liebeserklärung machen? Ja. Na, dann... Danke schön. Einmal in die Kamera zusammen. Ja, IT-Service Brunsmeier, Sie sprechen mit Jürgen. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Mhm. Ja. Haben Sie mal versucht, das Gerät aus- und wieder einzuschalten? Hat nichts gebracht, verstehe. Ja. Probieren Sie doch mal den Kanal der Heute-Show auf YouTube zu abonnieren. Genau. Und im Zweifel ruhig auch mal den Gefällt-mir-Button klicken. Genau. Ja, ich bleibe in der Leitung.